Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Video-Podcast-Folge. Foto-Podcast. Für die Leute, die mit dem Begriff nichts anfangen können, ich habe keinen reinen Podcast-Kanal. Ich weiß, es wäre alles ganz einfach, aber nun, das muss man halt auch alles versorgen, pflegen und auf die Reihe kriegen. Und ganz ehrlich, mir fehlt gerade irgendwie, ja, so ein bisschen die Zeit. Und das seht ihr auch daran, wie meine Videos rauskommen. Und aus dem Grunde habe ich mir gedacht, nee, ich bleibe einfach so, wie es gerade ist. Und bringe meine Video-Podcasts einfach hier bei YouTube online. Titel. Große Fotoausrüstung gegen Minimalismus. Ich sitze hier an dem Tisch, wo ich sonst auch immer meine Videos aufnehme, wenn ich zu Hause bin. Und wenn ich mich hier so umsehe, dann ist eigentlich schon der Titel ein Hohn. Weil, klar, minimalistisch rausgehen, das kann ich. Das ist überhaupt kein Problem. Aber wenn ich sehe, was hier alles alleine auf dem Tisch, ja, drauf ist, wo ich wirklich sagen kann, wow, das ist viel. Das ist nicht das, was man sich vorstellt unter einer minimalistischen Fotoausrüstung. Und das ist ehrlich gesagt schon so viel, da müsste man eigentlich auch drüber reden, dass es schon wirklich insofern hinderlich ist, dass ich immer wieder das Gefühl habe, meine Güte, was wirst du von diesem ganzen Kram eigentlich mal los? Also, wie willst du hier mal Ordnung schaffen? Ich habe gerade ein bisschen hier zusammengeräumt, was den Tisch voll gemacht hat. Ich habe hier alte Bücher stehen. Ich habe hier noch Cardons stehen von den Dingen, die ich getestet habe. Den Blitz zum Beispiel und die, ja, sozusagen das Extra-Gehäuse für unter den Mac Mini. Ich habe hier eine Lunchbox stehen. Die habe ich überhaupt noch nicht ausgepackt, weil ich ja so ein bisschen gucke, ob es Alternativen gibt zu Plastik. Und selbst wenn man Tupperdosen oder, also nicht Tupperdosen, das ist ja schon wieder eine Firma, wenn man ja Dosen kauft, die zum Beispiel aus Bambus gemacht sind, so sind, ja, so ist das irgendwie auch nicht so nachhaltig. Also habe ich mir eine metallene Blechtupper-Aufbewahrungsdose gekauft. Also ihr seht, das Thema, das könnte jetzt total ausarten, aber ich versuche mal wirklich auf das, was ich geschrieben habe, einzugehen. Und ja, was ist mein erster Satz? Erstmal sollte man hier über viel und über viel zu viel reden. Der ein oder andere von euch wird jetzt sagen, naja, ich habe vielleicht viel, aber viel zu viel habe ich nicht. Ich fotografiere seit 1979 und hier gibt es wirklich auch Dinge, die ich im Grunde seit damals besitze. Und das bedeutet eben auch, dass diese Dinge, ja, dass die immer mehr Zuwachs kriegen. Ja, also ich kann wirklich sagen, ich habe viel, viel zu viel. Und da draußen gibt es natürlich Anfänger, Leute, die, also das geht gar nicht hier ums Geld. Hier ist es die Zeit, die das Ganze gebracht hat. Natürlich hat das alles auch Geld gekostet, aber ich habe ehrlich gesagt ganz, ganz wenig in letzter Zeit gekauft, weil ich gar nicht weiß, was ich kaufen sollte. Ich versuche jetzt eher Dinge zu verkaufen. Da kommen wir auch gleich drauf. Aber ich kann definitiv sagen, viel zu viel. Und wenn du da draußen jetzt, ich sage mal, Anfänger bist oder schon, ja, über neue Kameras, über neue Objektive nachdenkst, dann ist vielleicht dieses Video etwas für dich, weil ich dich davor bewahren möchte, eben viel zu viel zu kaufen, weil es manchmal eben gar nichts bringt. Und ja, das ist ein schwieriger Einstieg, ja, gerade wenn ich hier an diesem Tisch sitze. Es kommt natürlich darauf an, welche Art von Fotografie ein Fotograf denn antreibt, vor die Tür zu gehen. Also was treibt dich an? Was ist wirklich dein Interesse? Oder bist du jemand, im Grunde auch wie ich, der sagt, ich mache Landschaft, ich mache Nachtsaufnahmen, ich mache Tieraufnahmen, ich mache Makroaufnahmen. Also ganz, ganz viele Dinge interessieren mich. Und es gab eben auch Dinge, die dann dazu geführt haben, dass ich natürlich vielleicht noch ein Tele gekauft habe. Letztes Jahr, nein, doch, letztes Jahr, war das letztes Jahr? Dieses Jahr. Ja, das Jahr ist noch nicht rum und ich denke schon, es ist lange her. Also ich habe dieses Jahr zum Beispiel ein 560 Millimeter Leica Objektiv gekauft, ein altes. Und damit habe ich Fotos gemacht mit der Olympus zusammen. Und das hat sich gelohnt, das zu kaufen, weil die Aufnahmen doch, glaube ich, ganz gut geworden sind. Aber was treibt dich an? Das ist natürlich die Frage, die du dir stellen musst. Und du solltest vielleicht wirklich mal überlegen, wenn du Zeit hast, nach diesem Podcast, vielleicht einfach mal ein Blatt Papier nehmen, einen Bleistift und anfangen aufzuschreiben, was fehlt dir, was glaubst du, was dir fehlt? Und dann eben überlegen, kaufe ich mir das, kaufe ich mir das nicht? Wie sieht es aus? Also ist es wirklich wichtig für mich oder nicht? Wenn man lange über etwas nachdenkt, hilft es manchmal auch zu sagen, also eigentlich brauche ich das nicht. Natürlich ein Objektiv, zum Beispiel, wenn du kein Makroobjektiv hast, Makrofotografie betreiben möchtest. Da lege ich dir übrigens meine Playliste hier auf YouTube nahe, Makrofotografie neu. Es gibt natürlich Einsteiger-Sachen wie Zwischenringe oder entsprechende Vorsatzlinsen. Alte Objektive, die nicht so stark ins Geld gehen, aber eben die Ausrüstung vergrößern. Machst du wirklich Makrofotografie? Willst du das machen oder ist das nur mal so ein Gedanke, weil du gerade ein paar tolle Bilder gesehen hast? Im Übrigen, egal was du anfängst, bei jeder neuen Art Fotografie wirst du dich einarbeiten müssen. Es ist also nicht so schnell ein Erfolg da, wie sich das der ein oder andere wünscht. Kommen wir zurück zum Minimalismus. Ich sehe mir meine Ausrüstung an und ich habe so viele alte Vintage-Objektive, was seine Vorteile hat. Es ist also eine Riesenpalette an Brennweiten. Im Grunde kann ich sagen, von 16 mm Fischauge, wenn ich jetzt mal nur die Vintage-Objektive nehme, bis im Grunde 1000 mm, wenn ich die Russentonne nehme, die ich noch nicht wirklich im Einsatz hatte. Also 560 mm habe ich als Objektiv und das habe ich auch schon benutzt an der Olympus, was dann übrigens 1120 mm sind. Also eine richtige Kanone, könnte man sagen. Und das liegt natürlich auch daran, dass ich eben auch viele Dinge mache, auch ausprobiert habe, einfach neugierig bin und eben auch durch die alten Objektive die Möglichkeit habe, eben mal Tieraufnahmen zu machen. Und ich bin mir auch sicher, würde ich jetzt da ganz intensiv einsteigen und nichts mehr anderes machen, dann würde ich mir vielleicht auch ein moderneres oder überhaupt ein modernes Objektiv mit Autofokus samt einer Kamera kaufen, die Vögel-Autofokus zum Beispiel beherrscht. Also Tieraugen-Ei-Autofokus will ich aber nicht. Ich will flexibel bleiben. Was aber auch auffällt, durch die alten Objektive, ich habe Minolta, ich habe Carl Zeiss Objektive, ich habe was von Nikon, ich habe was von Canon. Es gibt Brennweiten, die habe ich doppelt. Und wer so in Altglas-Gruppen unterwegs ist, der wird auch viele Leute sehen, die zum Beispiel ganz viele 50 mm Objektive haben und damit rumspielen. verschiedene Bokehs, verschiedene Schwächen, sage ich jetzt mal, durch die alten Objektive, was natürlich auch Stärken sind. Und ich habe das schon mal in Videos erwähnt, ich weiß nicht, ob es mal in einem Podcast war, dass es da draußen zum Beispiel, ja, ich sage jetzt mal, kleine Filmschaffende gibt, die teilweise, also in Amerika ist das wirklich ein Markt, die mit alten Objektiven ihre Filme machen, um wieder einen, ich sage mal, sanfteren Look zu bekommen, um etwas Besonderes zu bekommen. Und da gibt es wirklich Filmschaffende, die da ganz berühmt sind. Und das muss man einfach auch mal wissen, weil viele nämlich immer denken, naja, alte Objektive. In meinem Fall übrigens ist es auch so, dadurch, dass ich eben ein altes Objektiv mittels Adapter an meine Kameras dran machen kann. Ich kann ein altes Objektiv an meine große Sony machen, an meine APS-C Sony oder an meine MFT Olympus und habe die entsprechenden Vor- und Nachteile bei der Olympus Cropfaktor 2,0. Also ist ein 560 mm Objektiv, ja, vom Ausschnitt her wie ein 1120 mm. Und das ist eine Hausnummer, die in der Tierfotografie schon, ja, was bringen kann. Natürlich ist es nicht einfach, mit so einem, ja, Oschi zu arbeiten. Aber dafür muss man eben üben. Das geht aber, wie ihr auch sehen könnt. Bei mir ist es mittlerweile so, dass ich auch meine Ausrüstung versuche, ja, zu erleichtern, also zu verkleinern. Ich verkaufe, ich habe letztes Jahr, war glaube ich letztes Jahr, vier Objektive verkauft. Und ich muss sagen, da bin ich ein bisschen faul, weil ich auch, ja, ich möchte eben auch einen Preis haben für meine, für diese Objektive, weil ich habe sie auch teilweise für einen guten Preis gekauft. Also es ist jetzt nicht so, dass ich Gewinn machen möchte, aber ich möchte jetzt auch keinen Verlust machen, weil die Objektive sind dadurch, dass ich sie benutzt habe, nicht gealtert. Ich benutze aber eben das ein oder andere Objektiv nicht mehr. Ja, also möchte ich es doch eher loswerden. Und das ist mitunter gerade gar nicht so einfach, weil irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht ist da auch gerade so ein bisschen die Luft raus aus dem Markt, aber manche Dinge muss man nicht verkaufen. Aber ich gebe euch da einen Tipp. Ich verpacke diese Sachen mittlerweile auch mal in eine Kiste und sage, okay, da sind die Objektive drin, die ich verkaufen möchte. Und ich muss sie eigentlich einfach nur mal fotografieren und bei Ebay einstellen und vielleicht gehen sie dann einfach mal auch weg. Aber ich lasse die nicht mehr in der Schublade, wo meine Objektive sind. Ich weiß, wir sind immer noch nicht beim Minimalismus. Was ich, was übrigens wirklich auch ein Vorteil ist von alten Objektiven, dass sie eben auch mehr vom Fotografen fordern. Und an der Stelle möchte ich auch mal etwas anmerken, wenn ihr sagt, nee, mit alten Objektiven arbeite ich nicht. Aber wenn ich gerade sehe, was zum Beispiel am Sony-Markt passiert, dass da wirklich eine Brennweite oder ein Zoom-Objektiv, die meisten stellen ja auch Zoom-Objektive nur her, also Tamron ist ja so ein klassischer Zoom-Hersteller als Dritthersteller, da muss man einfach sagen, ihr solltet euch, gerade wenn ihr nicht wisst, welches Objektiv da für euch das Richtige ist, ihr solltet euch wirklich in ein Fachgeschäft begeben und sagen, ich möchte alle drei Objektive in irgendeiner Form testen. Weil es geht nämlich nicht immer nach dem Preis. Ich meine, manche Leute sagen, ich kaufe mir nur Original-Objektive von Sony. Jetzt als Beispiel. Es ist aber so, dass vielleicht das Bokeh vom Sigma oder vom Tamron oder überhaupt auch die Gewichtsklasse und, und, und einfach euch viel besser gefallen. Das muss man rausfinden. Das ist gar nicht so einfach. Und bei alten Objektiven muss auch jeder Besitzer eben damit rumspielen. Und das bedeutet in der Regel, und da sind wir so ein bisschen schon auf dem Weg zum Minimalismus, dass man einfach sagt, heute mache ich dieses Objektiv auf die Kamera und ziehe damit los. Kommen wir aber gleich drauf. Also dieses, ja, diese Qualität, sage ich mal. Übrigens, da spielt nicht nur das Bokeh eine Rolle. Da gibt es wirklich auch bei mir, ja auch Qualitätsansätze. Ich habe Objektive, die vielleicht ein tolles Bokeh haben, aber überhaupt keine Schärfe auch liefern. Und da kann man auch mal mit arbeiten, aber auf Dauer möchte ich so ein Objektiv eher nicht. Außer das Bokeh ist wirklich außergewöhnlich. Die große Breite an Brennweiten, habe ich ja schon gesagt, ist einfach dadurch entstanden, dass ich halt sehr viel Verschiedenes mache. Wenn du, ich sage jetzt mal, in der Hauptsache durch Städte gerne gehst, Street-Fotografie machst, dann langen dir zwei, drei Objektive. Manchmal vielleicht noch ein wirkliches, richtiges, starkes Weitwinkel, wenn du eben auch mal, ich sage mal, kleine Straßenzüge, wenn du viel drauf haben willst, Weitwinkel eben. Aber viele da draußen, die könnten wirklich das meiste mit einer Brennweite und einer Kamera erledigen, weil sie so ein, ich sage jetzt mal, so eine Art Sweet-Spot haben, wo sie am liebsten fotografieren. Ja, wenn ich aber rausgehe, wie läuft das bei mir ab, wenn man so viele Objektive hat, packe ich mir meine Fototasche immer knallvoll? Nein, also ich versuche das wirklich. Je nachdem, was ich auch für eine Tour mache, habe ich ja einen Rucksack oder auch nur meine kleine Umhängetasche, da passt weniger rein. Und wo weniger reinpasst, nimmt man weniger mit. Wenn man weniger mitnehmen kann, führt es dazu, dass man sich intensiver damit beschäftigt. Ich sagte das auch schon mal an anderer Stelle. Wenn man nur zwei Zoom-Objektive hat, Weitwinkel und Telezooms und eine Kamera, da ist die Sache ziemlich einfach. Wenn man aber doch lieber mit einer Festbrennweite arbeitet oder eben etwas ganz Bestimmtes vorhat, ist doch eben das Nachdenken sehr, sehr wichtig. Und die Leute, die übrigens nur Zoom-Objektive haben und sich, ich sage jetzt mal, in der Fotografie nicht so auskennen, die werden auch nicht verstehen, wenn ich sage, dass jede Brennweite schon eine gewisse Optik hat, einen gewissen Look erzeugt und dass man hier wirklich auch als Zoom-Fotograf doch etwas mehr drauf achten sollte, mit was fotografiere ich eigentlich was. Typisches Beispiel, ihr macht Porträts. Und das gibt wirklich Fotografen, die benutzen da ihr Zoom-Objektiv ständig und verändern die Brennweite. Und da gibt es Aufnahmen, die sehen dann gut aus. Und es gibt Aufnahmen, die sehen einfach schlecht aus, weil die Brennweite eben nicht passt zu einem guten Porträt und eben das Gesicht platt macht oder eine dicke Nase macht. Und da gibt es eben auch die klassischen Porträt-Brennweiten, die man dann benutzen sollte. Müsst ihr mal dran denken. Wenn ich aber rausgehe und eine Tour mache, dann bin ich eben am Überlegen. Ich war, die letzte Tour, die ich gemacht habe, die war ja im Pfälzer Wald. Das habe ich mit der Sony gemacht. Ich hatte, ich weiß gar nicht, was ich dabei hatte, das spielt auch keine Rolle, aber ich wusste, mein Hauptobjektiv, und das war ein Zoom, wie gesagt, ich bin ja in der Landschaft unterwegs, und zwar in 28,85 und das war wirklich das, was ich am meisten verwendet habe, zumindest am Anfang. Später habe ich dann mal auf das 15 Millimeter, eine Festbrennweite, Laowa Makro 15 Millimeter, habe ich sehr viele Bilder gemacht, da muss ich, ja, sehr viele Bilder ist relativ. Ich habe einfach mal mit dem Weitwinkel gearbeitet und musste leider auch im Nachhinein feststellen, dass nicht jedes Motiv da gut ist. Man kann zwar durch 42 Megapixel immer was wegschneiden, aber es war fotografisch an manchen Stellen einfach ein Fehler. Ein Teller, also ein leichtes Telezoom hatte ich dabei, habe ich irgendwie gar nicht verwendet, und habe ich überhaupt Makros gemacht? Doch, ja, ich habe, glaube ich, ein Makro gemacht, ein, zwei Aufnahmen, und das war's. Und im Grunde zu viel, aber eben im Wald, ja, okay. Es war gewichtstechnisch so, dass ich meinen Rucksack, wo ich sagen kann, sieben Kilo, das ist so etwas, wo ich sage, mehr möchte ich eigentlich nicht mitnehmen. Geht aber noch weniger. Und das geht wirklich, und dafür müssen wir einfach noch mehr überlegen, wie möchte ich durch eine Stadt gehen, zum Beispiel, was möchte ich fotografieren. Das klassische Objektiv, oder für viele, die Street-Fotografie machen, ist ein klassisches Objektiv, 35, für manche 50 mm, gerechnet an einem Vollformat-Sensor. Also das klassische, ja, Normalobjektiv und leichtes Weitwinkel. Der eine oder andere nimmt 28 mm, und ihr müsst jetzt umrechnen, wenn ihr eine MFT-Kamera habt, MFT-Kamera benutzt und sagt halt, naja, 35 mm, dann ist das eben ein 17 mm. Damit kann man wirklich durch die Stadt gehen, seine Fotos machen und wahrscheinlich den ganzen Tag glücklich sein. Das klassische Bild ist damit möglich. Der eine oder andere sagt vielleicht, naja, das ist mir zu weitwinklig, ich möchte näher rangehen, 50 mm. Es gibt auch Menschen, und auch ich habe das schon mal gemacht, hatten wir es gerade gestern auf dem Fotostammtisch davon, wir waren auf der Fotobörse in Straßburg, ich habe mir ein 90 mm, kein Makroobjektiv von Leitz, für die Leica Air gekauft, und meine ganzen Aufnahmen, die ich dann gemacht habe, wo wir unterwegs waren, in der Stadt, in Straßburg, das war alles mit 90 mm, ich habe alles andere nicht benutzt, und das hat ein Vollformat, wie gesagt, Vollformat, 90 mm, das hat ganz fantastisch funktioniert. Und dementsprechend kann ich wirklich sagen, ich war minimalistisch unterwegs. Und da haben eben auch viele Angst davor, so eine Entscheidung zu treffen. Ja, wenn ich jetzt da rausgehe und nur ein Objektiv dabei habe, aber noch drei andere zu Hause habe, dann ärgere ich mich. Natürlich ärgert man sich, aber das ist eben auch die Herausforderung, wenn man einfach mal hergeht und sagt, ich gehe raus heute mit dem Objektiv und mache nur damit Bilder. Das funktioniert. Es gab vor einiger Zeit von mir ein Video, wo ich mit einer alten Optik an der Olympus unterwegs war. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was genau und wie. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe bei Regenwetter aus dem Auto raus Fotos gemacht. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Titel heißt. Irgendwie eine Runde durch den Odenwald oder so, kann ich irgendwie verlinken. Es ist wirklich möglich, so zu arbeiten. Man sollte es vielleicht an einem Ort tun, wo es einem nicht wehtut, beim ersten, zweiten, dritten Mal, wenn ich diesen Ort besuche und minimalistisch unterwegs bin. Einfach nur die Kamera, ein Objektiv drauf, vielleicht noch nicht mal eine Fototasche mitnehmen, die Kamera um den Hals oder ans Handgelenk und los geht's. Wenn ihr durch eure Heimatstadt lauft, die kennt ihr. Da könnte natürlich irgendwas passieren, wo man dann vielleicht nicht so aufnehmen kann. Aber im Endeffekt könnt ihr es aufnehmen. Manchmal, wenn man zu viel Tele drauf hätte, ist natürlich der Schnitt vielleicht nicht so ideal oder es fehlt irgendwas. Aber das kann die Sache ja auch interessant machen. Ihr müsst einfach euer Auge schulen, wenn ihr mit einer festen Brennweite unterwegs seid, also einer Festbrennweite sowieso. Übrigens minimalistisch und Zoom-Objektive scheiden irgendwie aus in dieser Betrachtung, weil es hilft euch nicht zu lernen. Ganz ehrlich, also Zoom-Objektive sind raus. Also eine Festbrennweite, wenn ihr eine habt. Und damit geht man eben los. Wer mehr Objektive besitzt, mehr Festbrennweiten, wegen Offenblende und, 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 der nimmt sich eben irgendwann die mit, wo er sagt, damit komme ich am besten durch. Oder als Extra-Challenge, ich nehme heute mal etwas mit, mit dem man eigentlich nicht in die Stadt gehen würde. Was spricht denn dagegen, mit 200 Millimetern mal durch die Stadt zu laufen? Was sehe ich mit 200 Millimetern? Was kann ich aufnehmen? Welche Motive kann ich damit finden? Welche, ja, Bildgestaltung kann ich mit so einem Objektiv machen, was ich mit einem 50 Millimeter eben nicht kann oder mit einem 35? Das ist die Übung. Auch am Minimalismus, ja, seinen Spaß zu finden und eben auch, natürlich vielleicht nicht beim ersten Mal, aber damit zu wachsen. Und das ist wirklich ein sehr entscheidender Punkt. Und da möchte ich vielleicht auch nochmal drauf eingehen, warum Zoom-Objektive eben nicht dafür geeignet sind. Und ich möchte da nur einen Begriff nennen, der da eigentlich ein Klassiker ist für viele. Ich brauche ein Reisezoom. Was ist ein Reisezoom? Ich glaube, bei der Olympus gibt es auch so was, ein 12 bis 200. Multiplizieren wir das Ganze mal mit zwei, also ein 24 bis 400 Millimeter Objektiv. Damit könnt ihr alles aufnehmen. Vielleicht, ich habe dann keinen Superweitwinkel, aber wer mit diesem Objektiv nicht einen Urlaub bestreiten kann, dann fällt mir auch nichts mehr ein. Also da ist wirklich sehr viel drin. So was Extremes gibt es ja nun bei Vollformaten nicht. Das liegt eben auch, ihr könnt ja mal überlegen, 24 Millimeter bis 400 Millimeter. Das wäre ein ganz schönes Monster. Also nicht unbedingt Reise und minimalistisch schon gar nicht. Also solche Zooms, warum sind die schlecht? Weil die meisten Fotografen sich hinstellen, mit dem Zoom ihren Bildausschnitt machen und sich über den Rest keine Gedanken machen. Es ist einfach ein Unterschied, ob ich an ein Motiv näher rangehe mit einem Weitwinkel oder weiter weg gehe mit einem Tele. Und diesen Unterschied und auch das Gefühl dafür, für Brennweite, außer ihr seht mal wirklich in ein gutes Fotobuch, wo das so ein bisschen auch erklärt ist. Man muss es trotzdem ausprobieren. Diese Bildwirkung der Brennweite ist etwas, was viele Fotografen nicht wirklich gut beherrschen. Also gerade diese, ich sage jetzt mal, diese klassischen Zoom-Fotografen, die nur mit einem Zoom arbeiten, weil sie gar nichts anderes besitzen. Wer schon eben länger dabei ist, der hat meistens eine gute Porträtbrennweite und, und, und. Weil er einfach weiß, das hat seine Vorteile auch wegen Lichtstärke. Also da sind halt Festbrennweiten sowieso dann im Vorteil, gerade wenn man auch zu, ja, Jahreszeiten jetzt im Winter unterwegs ist, wo einfach schnell dunkel wird, wo ich nicht so viel Licht habe, wo es schnell auch nur ein grauer Tag hat und ich mache Fotos und dann mit einem Zoom, was keine Lichtstärke hat. Und das sind dann oft auch diese Reisezooms. Also Reisezooms solltet ihr an dieser Stelle einfach meiden. Also Trend Festbrennweite. Übrigens, da sind wir auch wieder an einem Punkt, wo jetzt jemand vielleicht sagt, ja, aber welche Brennweite soll ich mir denn kaufen? Nun, wenn du eine spiegellose Kamera hast, wie wäre es denn mit einem alten Objektiv und einfach einem Adapter? Wenn man jetzt nicht gerade was super Lichtstarkes sucht, einfach Glück hat oder vielleicht auch mal, und das habe ich auch schon sehr oft erwähnt, fragt doch mal in eurem Bekanntenkreis. Vielleicht gibt es da irgendjemand, der sagt, ach, mein Vater hatte eine Fotoausrüstung, guck dir die mal an. Vielleicht könnt ihr, ich sage jetzt mal nicht unbedingt ein Schnäppchen machen, aber vielleicht findet ihr ein Sortiment an Objektiven für eine Kamera. Die Kamera ist im Grunde uninteressant, aber die Objektive sind dann für diese Kamera, sprich, wenn der eine Minolta-Ausrüstung hatte, braucht er eben auch nur einen Minolta-Adapter auf euer Kamerasystem. Und schon habt ihr keine minimalistische Ausrüstung mehr, sondern ihr habt deutlichen Zuwachs, aber ihr könnt dann eben sagen, ach, ich nehme jetzt mal dieses kleine, schnuckliche 15 mm, dann üben wir ein bisschen, wie das ist, ohne Autofokus zu arbeiten und gehen los. Und natürlich solltet ihr vielleicht dann doch auch lernen, dass man ein bisschen abblendet, weil die Qualität von alten Objektiven da wirklich, ich sage mal, besser wird. Man muss auch bedenken, die Kameraelektronik weiß ja auch nicht mehr, was da vorne ist. Ihr werdet also eine Vignette haben, ihr werdet nicht so diese Superschärfe haben. Das wird heute alles auch in der Kamera viel gemacht, weil die Kamera weiß, oh, da draußen ist jetzt gerade dieses Objektiv dran und da muss ich ein bisschen das machen und jenes machen, damit das Bild top wird. Deswegen sind auch in der Regel Objektive vom Hersteller immer etwas besser angepasst als Fremdobjektive. Also, so eine alte Linse hilft euch. Im Übrigen ist es dann nicht nur sehr minimalistisch, sondern es entschleunigt auch. Ihr lernt etwas ganz Neues, manuell fokussieren, Blende einstellen, mit so einem Ding arbeiten. Also mir hat das sehr geholfen und ich habe das auch ganz am Anfang schon oft in Videos erwähnt, wo ich über die Sony geredet habe. Es ist für meine Fotografie wirklich ein ganz entscheidender Punkt gewesen, diese Sony zu kaufen und durch meinen Besitz an alten Objektiven sofort damit angefangen zu haben. Und ehrlich gesagt, ich besitze zwei Objektive für meine Vollformat Sony, die Autofokus haben. Das ist das KIT-Objektiv, was nicht berühmt ist, das 24-70 von Sony und das Makro-Objektiv, das 90 Millimeter. Mehr habe ich nicht. Mehr brauche ich nicht. Mehr will ich gar nicht. Immer wieder habe ich mir das überlegt und ich würde mir ein Autofokus-Objektiv nur dann kaufen, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich würde jetzt hier auch noch mit einer anderen Kamera zum Beispiel im Studio filmen, aber hier habe ich meine beiden APS-C-Sony gerade, eine vor mir, eine über mir. Ihr seht es ja nicht, weil ich ja nicht damit aufzeichne heute. Da habe ich Autofokus und ich benutze es so wenig. Also hier ja, aber ansonsten, ich habe das schon benutzt, aber es geht eben auch ohne. Und da ist schon mal Minimalismus für mich eine Sache, die toll ist. Klar benutze ich, wenn ich mit der Olympus unterwegs bin, da habe ich in der Regel schon die drei Objektive dabei, die ich für die Olympus habe. und da ist es auch wirklich so, dass ich sagen kann, ja, da bin ich auch ein bisschen faul geworden, da bin ich auch mal der Typ, der knipst. Seht ihr in meinem letzten Video über Straßburg, weil ich da auch viel Autofokus-Bilder gemacht habe, wo ich dann einfach sage, naja, Autofokus macht eben, verführt einen zum Knipsen, man wird ein bisschen faul, man guckt, ist das Foto scharf und zieht weiter. Und manche Überlegung kommt da einfach nicht mehr zum Tragen. Was auch helfen kann, ist wirklich zu sagen, ich kaufe mir eine kleine Fototasche, wo höchstens zwei, drei Objektive reinpassen, wo vorher beim Fotorucksack alles dabei war. Wenn ihr nur zwei habt, dann ist es natürlich überflüssig. Was bringt das, minimalistisch zu arbeiten? Das ist vielleicht wirklich ein Punkt, den man, ich sage, den kann man gar nicht in Worte fassen. Ihr lernt dadurch einfach, dass es auch mit weniger geht. Jetzt werden natürlich die, ich sage mal, die Leute, die irgendwie vielleicht sogar in einem Fotogeschäft arbeiten, sagen, ja, das ist aber schlecht für uns, wir müssen ja was verkaufen. Nun, dann verkauft den Leuten eben genau das Richtige. und ich möchte jetzt mal keinen Namen nennen, aber der ein oder andere, dem wird da mit Sicherheit jemand einfallen, der eben sagt, ich habe alles verkauft, ich habe mir eine Leica M gekauft, eine monochrome Leica M, weil ich schwarz-weiß sowieso lieber mag wie Farbe und ich habe ein Objektiv und damit mache ich alles. Das hört sich für viele unmöglich an, wie kann man nur und diese Kamera und alles so teuer. Nun, es ist eben nur eine Kamera, die gebraucht war und ein Objektiv, das gebraucht war und ist außerdem sowieso ohne Autofokus bei einer Sucherkamera von Leitz und dementsprechend, wenn man nichts anderes besitzt, hat man schon mal nicht die Bredouille, sich überlegen zu müssen, was nehme ich mit. Jetzt am Wochenende werde ich wieder etwas machen, ich werde Sport fotografieren, diesmal nehme ich die Olympus mit, ohne Autofokus, weil ich brauche ein bisschen Lichtstärke und möchte auch ehrlich gesagt nicht mit Autofokus arbeiten, weil ich mich dann wahrscheinlich dabei ertappe, dass ich mehr Probleme habe wegen des Autofokus wie ohne. Auf jeden Fall, wenn ich dann aber im Dezember mit Sicherheit nach Straßburg fahre, also der Termin ist klar, auf dem Weihnachtsmarkt, Fotos machen, also auch Fotos machen. Sehr wahrscheinlich, weil wir in einer Gruppe unterwegs sind, wo ich eh nicht viel Zeit habe, irgendwie jetzt da was aufzubauen mit Stativ und so weiter. Ich werde mir wirklich überlegen, welches Objektiv nehme ich mit, welche Kamera und damit werde ich arbeiten. Das wird also minimalistisch sein, auch wenn ich dann vielleicht nicht alles so aufnehmen kann. Aber ich habe wirklich nicht vor, mich mit einem Fotorucksack abzuschleppen. Das habe ich schon mal gemacht, bei meinem sozusagen vorletzten Besuch, wo ich auch mit Leuten unterwegs war, gibt es auch ein Video und das mache ich nicht. Und deswegen könnte es auch wieder die Olympus werden, mit der ich die Bilder mache. Vielleicht auch nur mit dem Standard Zoom, das kann auch mal passieren. Das ist also ein 12 bis 40, also 24 bis 80 wäre das an Vollformat, nur um so ein bisschen die Bildwirkung zu haben. Das ist minimalistisch und da ich eben auch mit einer Festbeinweite und Zoom weiß, was ich mache, ist das jetzt auch kein Problem, dass es mal doch ein Zoom ist. Aber wie gesagt, Autofokus, vielleicht lasse ich auch eben das weg und mache was ganz anderes. Jetzt komme ich etwas ins Stocken, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil ich habe hier nicht mehr so viel auf mein, ich habe so ein paar Stichworte aufgeschrieben dieses Mal und Minimalismus ist eine Sache, die muss man, die muss man vielleicht beherzigen lernen, erst mal, bevor man sie, bevor man begreift, was es bringt und ich kenne Menschen, um das mal nicht nur auf die Fotografie zu bringen, ich kenne wirklich Menschen, die sagen, am liebsten hätten sie ein Tiny House, weil da eben nur das reingeht, was man wirklich braucht, was man benötigt. Gerade wenn ich mich hier umsehe, ist das wirklich eine Sache, wo ich auch manchmal verstehen kann, aber ich hätte bei meinem umfangreichen Leben und ja auch Sammelleben, ich hätte wirklich ein massives Problem. Vielleicht sollte ich mal irgendwie anfangen, Videos zu machen, wo ich dann sage, hier Leute, hier habe ich etwas, ein Produkt, das würde ich gerne verkaufen. Wer mag, der schickt mir eine E-Mail und bringt einfach, macht eine Überweisung, Paypal und ich schicke das Zeug weg oder jemand holt es ab. Apropos Geld, ich möchte allen danken, die mir in den letzten ein, zwei Wochen bei Paypal etwas haben zukommen lassen. Ich habe ja auch schon mal gesagt, ihr könnt mir einen Kaffee kaufen. Link ist immer unten in der Videobeschreibung und ja, das waren alles eben solche Kaffee bis zwei, drei, vier Kaffeebeträge. Da sage ich gleich, das fließt nicht irgendwo hin, das fließt einfach in einige Dinge, die halt auch Geld kosten, um diesen YouTube-Kanal zu betreiben. Das fängt mit Software an und ja, und manchmal eben auch mit Hardware, dass da eben auch ein Teil dieses Geldes dann reinfließt, je nachdem, was gerade da ist und das gab es ja auch schon und ja, das möchte ich einfach mal an alle, ich kann nicht jedes Mal da antworten, das ist auch irgendwie ziemlich kompliziert da mit dieser Antworterei auf Paypal. Deswegen, jeder, der da was überwiesen hat, da sage ich einfach mal Dankeschön. Ist vielleicht ein bisschen ein konfuses Video geworden, aber ich habe wirklich vorgehabt, das in einem Rutsch nur einmal aufzunehmen, natürlich wird es ein paar Schnitte geben, das werdet ihr auch hören, aber ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuhören. Wer irgendwas dazu sagen möchte, schreibt das bitte unten in die Kommentare. Es gibt mit Sicherheit Menschen, die das ganz anders sehen, ganz anders beschreiben würden, auch den Sinn ganz anders sehen im Minimalismus. Minimalismus ist ja nicht nur die Kamera, Minimalismus kann auch das Bild sein. Also sehr, ich sage mal, ruhige Bilder, die eine ganz klare Aussage haben oder ganz wenig Motive. Dazu sollte man dann übrigens eher ein Tele einpacken, wie ein Weitwinkel, dann fällt das einem leichter, aber das kann es auch sein. Also es gibt da viele Gedankengänge, die man machen kann. Geht raus, versucht es, macht Fotos, macht das in eurer Stadt, in der Nachbarstadt oder einfach mal an einem Sonntag, wo ihr sagt, Motive sind kaum zu erwarten bei dem Wetter, warum nicht einfach mal mit einem Objektiv arbeiten. Wer übrigens mehr wissen will zu alten Objektiven, also ich habe natürlich auch schon Videos dazu gemacht, auch Empfehlungen gegeben, dass man das Ganze möglichst einfach machen kann. Seht einfach mal in die Playlisten meines YouTube-Kanals. Am besten geht das übrigens immer am Rechner und da guckt ihr einfach mal rein, ob ihr da irgendwas findet, wo ihr sagt, das gucke ich mir mal an und dann sucht ihr einfach mal in eBay nach dem Objektiv und vielleicht habt ihr Glück, findet ein Schnapp, ein Schnapp, ja, oder, ja, auf jeden Fall loslegen. Jetzt drehe ich mich mal gerade wieder im Kreis, ich weiß, danke, tschaui, tschüss, euer Sven und bis zum nächsten Video, Video-Podcast. Tschüss.